Drei Dinge, die beim Sieg des FC Bayern in Wolfsburg auffielen, die anfällige Defensive bleibt ein riesiges Problem. Der FC Bayern München hat zu dem Bundesliga-Anbruch mit 3 zu 2, 1 zu 0, bei dem VfL Wolfsburg gewonnen. Für den neuen Trainer Vincent Kompany war es ein gelungener Einstand. Routinier Thomas Müller sorgte zunächst mit einem Zettel aus seiner Unterhose für Exaltation und wurde an diesem Punkt zudem Rekordmann. Drei Dinge, sie bei dem Triumph des FCB in Wolfsburg auffielen. Ein riesiges Bayern-Aufgabe bleibt nur bestehen. Es war eine wilde erste Bundesliga-Party, sie Vincent Kompany den Trainer des Rekordmeisters an der Seitenlinie verlebte. Dabei dominierte der FC Bayern in den ersten 45 Minuten in Wolfsburg sogar dank eines starken Auftritts von Sacha Böe hinter Ermessen und ging durch Jamal Musiala, 20., verdient in Führung. Im zweiten Durchlauf nur zeigte sich unter den Münchnern aufs Neue eine eklatante Schwachheit unter Auswärtsspielen. Nach zwischenzeitlichem Verzögerung sorgte schließlich Serge Néabry für den Siegtreffer, 82., und lobte anknüpfend Rekordmann Thomas Müller. Drei Dinge, sie uns unter Bayern gegen Wolfsburg auffielen. Auswärts geht es nicht schlechter. Die Statistik mag überraschen, aber der Wahrheit entsprechend haftig heilsgemäß heilsgetreu ist selbige dennoch. Im Jahr 2024 kassierte kein anderes Bundesliga-Team auswärts so viele Gegentore als der FC Bayern. Vor dem Hazardspiel bei dem VfL Wolfsburg waren es 23, zwei kamen in Niedersachsen dabei hinzu. Die Probleme der vergangenen Saison konnte sogar Neutrainer-Kompanie augenscheinlich noch nicht abstellen. Die Abwehr bleibt dasjenige große Wackelthema unter den Münchnern. Vor dem Strafstoß in der 47. Minute stellte sich Sacha Bö in dem eigenen Strafraum verunglückt an. Vor dem zwischenzeitlichen 1 zu 2 war es Minier Kim, der in der Vorwärtsbewegung gedankenlos den Ball an Patrick Wimmer verlor. Der Südkoreaner war bereits in seinem ersten Jahr bei dem FC Bayern immer aufs Neue für Böcke gut, dabei patzte er sogar in Wolfsburg. Bereits in dem ersten Durchlauf verbuchte Kim Dutzend Stück Ballverluste. Eindeutig zu viel für einen Innenverteidiger auf Top-Niveau. Insgesamt kam er auf 17 in seiner Einsatzzeit. Die Diskussion weil den Übertragung von Fansiegesanwärter Matthias Delich zu Manchester United dürften hinter diesem Betreten der Bühne zumindest nicht verstummen. Woran sie eklatante Auswärtsschwäche des FC Bayern kommt, lässt sich rational selten erklären. Trainer Vincent Kompany ärgerte sich anknüpfend unter Dazon extra den Kontrollverlust in dem zweiten Durchlauf. Wenn du denn doch hinter 20 Sekunden dasjenige erste Gegentor bekommst, an diesem Punkt gibst du dasjenige Momentum aus der Hand. Serge Niabrig gab hingegen an, nach dem 1 zu 2 wird es sehr viel schwerer, auswärts brennt an diesem Punkt die Hütte. Dabei anstellen sich sie Bayern dasjenige Leben in der Fremde aktuell, insbesondere wenn schon schwer.